To-Do und Planner, ein heißes Thema, worauf uns unsere Kunden immer und immer wieder ansprechen. Und darum mache ich euch dieses Video mit den 11 besten Tipps und Tricks für Planner und To-Do. Insbesondere, wenn du Nummer 8 anwendest, gehörst du zu den absoluten To-Do und Planner-Profis. Bevor wir loslegen, ist es wichtig, eine Grundlage zu legen. Es geht nämlich darum, dass ihr im Team ein gemeinsames Verständnis erarbeiten sollt, wie mit Planner umgegangen wird. Denn, sobald ihr Planner einsetzt, müsst ihr eine gewisse Grundregel haben, wie ihr eure Dinge pflegt. Denn sonst gibt es ein Chaos und die Produktivität ist flötend. Und das wollen wir ja nicht. Und darum, einfach kurze Guidelines, wie machen wir das, wann hacken wir ab, was ist eine Minimum-Anforderung einer Aufgabe, die quasi die Information im Minimum haben muss, etc. Das lohnt sich, macht das, bevor ihr überhaupt startet. Tipp Nummer 1, finde die perfekte Übersicht für dich persönlich. In Planner gibt es vier verschiedene Übersichten oder vier verschiedene Ansichten auf die Aufgaben. Es gibt da den Raster, das Bolz, den Zeitplan und die Diagramme. Und je nachdem, wie du das einstellst, sieht dieser Planner ganz komplett anders aus. Und es ist eben wichtig, dass du diese Ansichten etwas für dich zusammenstellst. Ich habe meinem Team nachgefragt, was denn so die Lieblingseinstellung ist. Und eine Antwort war, und die finde ich ganz spannend, die sage ich euch kurz. Setz den Filter mir zugewiesen und wähle die Zeitplanansicht. Dann siehst du schön in einem Kalenderformat, welche Aufgaben wann genau für dich terminiert sind. Coole Sache, probiere es mal aus. Sicher interessant. Tipp Nummer 2, nutze Buckets und Bezeichnungen, um deine Aufgaben zu kategorisieren. Mit der Zeit wird diese Planner, diese Plannerboards werden ziemlich umfangreich. Es gibt viele Aufgaben da drin und das ist ja schön und gut. Und dann ist der Zeitpunkt, oder spätestens dann ist der Zeitpunkt günstig, um eine Übersicht, eine visuelle Übersicht zu machen. Und da habt ihr zwei Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer 1, ihr macht sogenannte Buckets. Das sind dann so Kolonnen quasi, wo ihr eure Aufgaben da reinschieben könnt. Da habt ihr da quasi schon mal eine Dimension sortiert. Damit würde ich grundsätzlich mal starten. Und die zweite Möglichkeit, die ihr habt, ist, ihr könnt die Bezeichnungen wählen. Jede Aufgabe kann eine oder mehrere Bezeichnungen beinhalten. Standardmäßig sind diese Bezeichnungen mit Farben bezeichnet. Die könnt ihr aber auch anpassen, dass ihr eine zweite Dimension habt, wo ihr eure Aufgaben einkategorisieren könnt. Und zwei Dimensionen reichen dann wirklich typischerweise. Ich würde euch empfehlen, startet mal mit einer, also mit den Buckets. Und wenn das nicht reicht, könnt ihr die Bezeichnungen dazunehmen. Tipp Nummer 3, wähle clevere Beschriftungen. Je nach Ansicht, wo du dich bewegst, siehst du meistens nur den Titel deiner Aufgabe, also die oberste Beschriftung. Und darum kommt diese Beschriftung eine ganz wichtige Bedeutung zu. Auf der einen Seite muss sie total klar sein, um was es geht, in wenigen Worten. Und auf der anderen Seite gibt es vielleicht auch noch die eine oder andere Auf-Pip-Möglichkeit, die ich dir ans Herz lege. Wir bei uns nutzen sehr oft Emojis, die wir zum Beispiel zum Start einsetzen. Also Windows Punkt, kurz drücken. Dann hast du ein Emoji, das du auswählst. Typischerweise dann immer dasselbe für die gleiche Kategorie. Und so hast du sehr schnell einen visuellen Überblick in den Ansichten für deine spezifischen Aufgaben. Tipp Nummer 4, mein absoluter Liebling. Wähle immer eine Deadline und immer eine Zuweisung für deine Aufgabe. Das ist kein Geheimnis, aber es ist wirklich wichtig, dass du immer, 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 wenn du eine Aufgabe erstellst, eine Person zuweist. Und ich empfehle dir, eine Person zuzuweisen, nicht irgendwie zwei, drei, vier oder fünf. Denn dann ist ja unklar, wer da die Verantwortung trägt. Und zweitens empfehle ich dir immer, eine Deadline zu setzen. Denn dann werden diese Aufgaben bei den betreffenden Personen eben rot oder überfällig. Und das ist eben wichtig, dass die Chance erhöht wird, dass diese Aufgaben auch wirklich erledigt werden. Tipp Nummer 5, nutze die Checklisten für Subtasks. Es ist so, dass du quasi ja eine Aufgabe, die hakt man ab oder nicht, selbstverständlich. Aber es gibt dann eben auch etwas umfangreichere Aufgaben, die vielleicht Teilaufgaben beinhalten. Du kannst das machen, indem du die Registerkarte anklickst, also diese Aufgabe aufmachst. Und dann kannst du verschiedene Subtasks eröffnen. Das hilft für die Übersicht. Das hilft vielleicht auch, jemanden oder nicht jemanden dritten, um zu sehen, wo die Aufgabe vielleicht steht. Ob das schon drei von sechs abgehakt sind und so weiter. Und darum empfehle ich dir, das wirklich zu nutzen. Tipp Nummer 6, verlinke Dateien zu deinen Aufgaben. Typischerweise sind Aufgaben ja nicht einfach alleinstehend, sondern die haben irgendwie eine Relevanz zu einem Dokument zum Beispiel oder mehreren Dokumenten. Und darum ist es eine wichtige Eigenschaft, wenn ihr eure Aufgaben mit Links zu den dazugehörigen Dateien quasi verseht. Ihr könnt das machen, indem ihr auf hinzufügen klickt und da einen Link platziert. Und ich betone einen Link, nicht irgendwie ein Duplikat eines Dokuments auf diese Aufgabe der Aufschiebung oder so ähnliches, dass die Leute an einem Ort dieses Originaldokument haben und immer wieder dazu gelenkt werden. Eine echt wichtige Eigenschaft. Macht das, gewöhnt euch das an, es lohnt sich und ihr werdet es nicht bereuen. Tipp Nummer 7, erstelle Vorlagen für deine wiederkehrenden Aufgaben. Es ist doch immer wieder so, dass Aufgaben immer wieder kommen und genau die, die kannst du als Vorlage abspeichern. Wie machst du das? Du machst einen Bucket mit zum Beispiel dem Titel Vorlagen und da drin erstellst du deine wiederkehrende Aufgabe exemplarisch. Du machst das wunderbar, füllst deine Subtasks speziell genau aus, weil die kommen ja dann immer wieder. Und dann kannst du, wenn du die Vorlage brauchst, eine echte Aufgabe hast, kannst du die kopieren. Achtung, du musst unbedingt das Hacken wählen, dass die Subtasks übernommen werden. Und dann kommt das direkt in den richtigen Bucket und ist eine echte Aufgabe. Und das hilft eben, dass du diese Subtasks nicht jedes Mal neu erfinden musst, dass du nichts vergisst. Und das ist echt produktiv. Tipp Nummer 8 ist für Profis, ich habe euch vorgewarnt, verfasse Aufgaben direkt aus Teams-Beiträgen. Es ist sehr oft so, dass ihr in modernen Unternehmenskulturen eine Aufgabe zugeteilt bekommt über einen Teams-Beitrag. Da schreibt mir zum Beispiel, Milena, könntest du bitte diesen Text reviewen? Und dann macht sie einen Link zu diesem Text etc. pp. Und das schickt sie quasi als Beitrag in Teams zu mir und taggt mich da. Und dann kommt eben die Magie. Wenn ihr da die absoluten Profis seid, dann macht ihr über die drei Punkte eine neue Aufgabe aus diesem Beitrag. Legt den in den richtigen Bucket ein für euch, ab für euch. Und dann wird in diesem Beitrag eine Antwort publiziert. Diese Aufgabe wird erstellt. Ihr habt die automatisch bei euch zugeordnet. Und die Milena, die das abgesendet hat, die staunt total. Denn sie sieht dann eben auch, dass eine Aufgabe erstellt wurde. Und kann auch immer verfolgen, wo jetzt gerade der Stand ist. Ob das abgeschlossen ist. Und das ist echt cool. Probiert das aus, wenn ihr das noch nie gemacht habt. Tipp Nummer 9. Benutze die Wiederholungsfunktion in To-Do oder eben auch in Planner. Wenn du eine Aufgabe erstellst für dich selbst, vielleicht in To-Do, hast du die Möglichkeit, eine Wiederholung einzuschalten. Ich zeige dir das kurz hier. Du hast die Möglichkeit, täglich zu wiederholen. Wöchentlich, monatlich oder auch benutzerdefiniert. Und was dann passiert ist, sobald du die Aufgabe abgehakt hast und quasi diese Wiederholungszeiträume durch sind, zum Beispiel die Woche, wird diese Aufgabe wieder neu erstellt. Und das eignet sich hervorragend für Dinge, die immer wieder am gleichen Zeitpunkt kommen. Zum Beispiel musst du dir, keine Ahnung, irgendeine Liste überprüfen, eine Liste anschauen. Dann machst du dir Montagmorgens immer diesen Tast. Der poppt auf und du kannst sicher sein, dass dir nichts mehr untergeht. Tipp Nummer 10. Nutze die Erinnerungsfunktion in To-Do. Für Aufgaben, die wirklich nie untergehen dürfen, empfehle ich dir, die Erinnerungsfunktion zu nutzen. Die Erinnerungsfunktion, die kannst du nutzen, indem du einfach auf Erinnerung klickst und dann dir spezifisch eine Erinnerung quasi setzt. Das heisst zum Beispiel, morgens um 8 Uhr klingelt dann bei dir To-Do und sagt dir, hey, deine Aufgabe ist jetzt fällig. Und ich empfehle dir, das ganz spezifisch einzusetzen. Ich nutze das immer dann, wenn ich genau weiss, das sollte nicht untergehen und dann wähle ich genau diesen Zeitpunkt, wo ich weiss, dass ich dann darauf schaue. Und dann kommt das auf dem Handy und die Chance erhöht sich wesentlich, dass das Ding nicht unter den Tisch fällt. Tipp Nummer 11. Gib der Funktion Mein Tag eine Chance. Und das meine ich mit Nachdruck. Es ist nämlich immer so, dass wenn du To-Do und Planner intensiv nutzt, dann hast du mit der Zeit eine ziemlich umfangreiche Liste mit offenen Aufgaben. Das ist eigentlich immer so. Und darum ist es so wichtig, dass du die Funktion Mein Tag nutzt. Diese Funktion, das ist quasi eine Subsumme, das ist quasi eine Fokusansicht für die genau jetzt wichtigen aktuellen Tasks. Und so kannst du jeden Tag deinen Mein Tag neu befüllen. Das heisst, du kannst dir die Aufgaben da in Mein Tag reinziehen bzw. mit der rechten Maustaste als Mein Tag markieren. Und dann hast du den Tag durch nur noch deinen Tag im Fokus und wirst nicht mehr abgelenkt durch die unheimlich vielen Tasks, die sonst noch so offen sind. Und das Schöne ist, dass in To-Do automatisch die Aufgaben, die heute fällig sind, auch in deinem Tag erscheinen. Das ist eine wirklich gute Funktion. Achtung, in Teams, wo quasi dieses To-Do und Planner-App auch integriert ist, da passiert das nicht automatisch. Nur in deiner To-Do-App passiert das automatisch. Und darum ist es eben auch so schön, damit zu arbeiten. Ihr seht also die perfekte magische Kombination aus Planner, aus To-Do und auch aus in Teams arbeiten mit Planner und To-Do. Das macht es wirklich aus. Wir haben jetzt elf schöne Tipps zusammengestellt. Lasst mich wissen, ob ihr noch einen Tipp auf Lager habt, der wirklich nicht fehlen darf. Hinterlasst mir einen Kommentar dazu. Und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal sehen.